Statt Ewigkeiten auf den Postboten zu warten, um deine Verträge per Code freizuschalten, kannst du das bei der R&V nun selbst erledigen. Und das ganz ohne Druckerpapier nachzulegen oder den Stift für die Unterschrift zu suchen. Das Einzige, was du brauchst, ist dein Handy. Damit kannst du zu jeder Tages- oder Nachtzeit loslegen. Einfach ein paar Selfie-Aufnahmen machen, den Ausweis in die Kamera halten und vom Sofa aus alles ganz bequem erledigen. Statt ein paar Tage warten zu müssen, hast du schon nach wenigen Minuten Zugriff auf alles, was du suchst. Und mehr Zeit für andere bequeme Dinge im Leben.